Ich werde dir mal einen Tipp geben, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe sie nicht. Dabei sehen sie so intelligent aus. Was? Wer das gesagt? Hm. Das finde ich ein bisschen doof. Ich habe die letzte Folge einiges erweitert. Einiges, einiges, einiges. Ja, da bin ich sehr stolz drauf. Ist schon ganz geil. Und die Folge, wenn wir hier mal gucken, dass wir noch ein paar Häuser upgraden. Und mal die nächste, vielleicht bald die nächste, zu Schuhfallenbewohnern erreichen. Und danach gehen wir dann auf den Mond. Vielleicht auch schon früher auf den Mond. Ich weiß nicht. Und ja, dann tun wir ein paar Häuser upgraden. Das machen wir zuallererst hier. In der Stadtmitte, oder? In der Stadtmitte ist doch gut. Hier. Fock, Fock. Das und das. Und du und du. Ja. 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 Das sollte jetzt nicht mehr gehen. Was? Jetzt geht's. Da geht einige, wie es aussieht. Na gut. Bauoptionen erweitert. Okay. Dann gehen noch die kleinen, ne? Bauoptionen. Was? 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 Ah ja. Gibt es Arbeit? Ja. Schön, ne? Was? Neues Bauobjekt. Hilfe. Ich bin befordert. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Ja. Schön. So. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Intelliwareman, äh, Mangel. Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgüten. Das hat Rüstung oder was? Ja, Leute. Übertreibt man nicht. Ich kann das alles bauen. Na gut. Mal was anderes. Die Stadt hier. Ich habe überlegt, die vielleicht sogar abzureißen und hier Farmgebiete zu machen. Damit ich hier mehr heute abquerten kann, dass hier, dass hier dann erweitern kann. Ja, und da vielleicht noch mal alle Farmgebiete neu anordnen. Dass es wirklich schöner aussieht, wie der Platz ist und so. Weil, das ist echt scheiße so. Oder halt, weil es auch Ressourcen kostet, halt dann eher die Häuser umsetzen. Aber das ist ja auch verdammt viel Arbeit. Hm. Naja. Ich weiß noch nicht, Leute. Da kann man erstmal alles gemacht. Da kann ich mich noch voll dran erinnern. Mit dem Staff hier. Äh, Windpark mit. Ja. Schön. Und, das heißt, wir werden jetzt das Verkehrssteuer scheiß, ne? Flaxfasern. 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 Ne, 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 ne. Ne. Silizium können wir auch abbauen. Ähm, braucht Silizium. Brauer, Flaxfasern und die Dinger. Okay, also das Teil braucht. Das da und das da und das da und das machen wir auf dem Jahr. Klar. Mikrofabrikations-Halle. Na, uch. Ja, leute. Das wird lustig. Das wird echt lustig. Vielleicht mal ich gern bauen, oder? Das ist doch bestimmt im Bereich das Mögliche. Oder hier so ein Ressourcen. Komm, das geht auch. Ivi. Ja. Ja. Silizium. Komm schon, das ist unsere Fangebiete. Da muss man irgendwo Platz sein. Das ist so zugespampt, oder? Mit Scheiße. Ach, vom Bergbauplatz. Hier. Bumm. Geil. Geil. Ja. Schöne Leute, guck mal. Es funzt. Es baut ab. Wie sind da von Namen aus? Hm. Naja. Es wird halt abgebaut, ne? Es ist schon geil gemacht. Es ist ja schon nice. Ich tue auch direkt abgehören. Was kostet das überhaupt? Easy. Ich werde direkt zwei Stück von den Dingern haben wir da. So, dann brauchen wir noch das und das. Das wird ein bisschen lustig hier. Oh, jejei. Das geht noch hier hin. Oh, oh, Energie. Okay. Und hier brauchen wir auch noch. Alter, ich brauche noch viel Platz. Energie. Wir haben Energieprobleme. Haben wir noch irgendwo den Windpark, den wir ausbauen könnten? Wahrscheinlich nicht, ne? Brauchen wir einen neuen. BZW. Traumkissenplatz. Wann ich noch hier drüben möchte? Energiemangel. Ja. Guck mal hier. So. Ich fasse jetzt Energie. Ich habe genug. Hier wird auf keinen, gar keinen Fall abgeben. Wir werden das jetzt definitiv hier ausbauen. Wo ist ja noch Platz für diese Riesenmaschinen? Oh, oh, oh. Vielleicht hier unten? Hm, hm. Ich weiß ja nicht. Dann bauen wir das hier drüben. Wenn wir das hier drüben bauen, das ist echt schwierig. Weil das ist eigentlich kein Industriegebiet. Ne, wir bauen auf der Insel. Ich mache das vielleicht irgendwann mal schön offscreen. Vielleicht auch mit euch. Ja. Ich weiß es noch nicht, Leute. Aber wir können eh als umplatzieren. Das finde ich das Problem. Sag ich euch, dass das hier nicht hingeht. Ach, das kann man nur so platzieren. Du wirst doch verarschen, oder? Komm, rollst jetzt. Oh, Mendo. Hm, ne. Ne. Ja. Scheiße. Ach du Scheiße. Was? Okay. So. Das reicht immer noch nicht, ne? Das ist nicht dein Ernst. 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 Ich hab 15. Was? Ich hab keinen Platz mehr. Das geht nicht mehr. Hm. 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 So, Leute. Passt auf. Hier kann man es aufhören. So, was wir hier. Die Dinger, na? Die müssen wir halt auf die Verabreden noch mal. Hier Platz muss Platz sparen, oder? Kann ich nicht. Ja. Warum was da hin, wenn wir davon haben? Und produzieren nur eins, ne? Das ist scheiße. Der Überschuss hat noch nie geschadet, ne? Und ich behaupte, oh, Kompluss. Ja. Und dann das da macht plus. Aber nur eins. Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Ich meine, wir haben es ja. Es kostet Grafen und von einem Masseck. Okay. Ja. Und jetzt haben wir unten das schöne Bau. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wo habe ich denn jetzt? Guck, ich finde schon wieder nichts zugebaut. Ist da. Ach du Scheiße. Hm. Hm. Okay. Ähm. Jetzt hat man nochmal 6 plus. Könnten wir noch eins, oder ist das dann too much? Warten wir zwei dran. 6 Stück nochmal plus momentan. Und 10 davon. Oh. 5, 11. Perfekt. Ja. Jetzt haben wir genug Ressourcen davon. Das müssen wir definitiv noch ausbauen. Aber. Ich habe kein Platz dafür, Leute. Nicht auf dieser Insel mehr. Hm. Scheiße. Wir müssen hier echt noch anpflanzen. Lassen wir uns überlegen. Oh. Ich meine, wir sind eh Bergwerke noch hin. Später. Ja. Die Stadt kann man hier oben verteilen. Und hier war ja keine. Hier war ja Sackgasse, ne? Bisher zum Beispiel wie ein Staudausspiel aussieht. Es hat auch eine Straße drauf und so. Ja. Guck mal, Leute. Hier oben können wir noch ein bisschen was anbauen und so. In die Richtung. Das ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit vernünftig was zu bauen. Das machen wir jetzt auch. Wir werden die Straße hier. Ach du Scheiße. Hm. Schwierig. So lang bauen. Dann kann man später immer noch gucken, was wir da machen dann. Und dann können wir den Typ hier. Bitte schon komplett moveen. Wenn es geht. Ja. Schön. Scheiße. Warte mal. Ich hab keine Ahnung, wie ich nicht platzieren soll das hier. Ja. Ich hab alles gerade entfernt. Oh, ich bin so intelligent. Ja. Ich bin wieder hier super und so. Schlauheit darf. Es ist doch egal. Egal. Wie viel darf ich noch bauen? Wie viel brauche ich das? 12 noch. Ja. Da darf ich. Cool. Ja. Schön. Oder minus 3. Das reicht nicht. Und das mache ich hier noch plus. Da mache ich minus. Ich brauche noch mehr von denen. Die brauchen wir hier auch hier drüben an. Weil das ist da drüben viel zu gequetscht. Auch sieht das ja ganz cool aus. Da könnte ich sagen. Kann man drüben machen. Oh, 15. Cool. Ja. Unter neuem Titel geführt. Schön. Danke. Danke. Ich muss halt auch abbrechen, oder? Du musst keine Berichte schicken oder sowas. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. ganz gut tatsächlich. Und das bauen wir dann hier noch mal dran. Dann bauen wir auch voll aus. Egal. Ja. Das lässt sich anbieten. Wie sind die von Namen aus? Erst mal gucken, Leute. Was ist das für ein Zeug? Naja. Ach so. Wie hieß das Zeug mal? Nee. Flax. Ja. Also ich dachte, die werden ja dieser Prozession hergestellt. Ne. Nee. Direkt die Rüstungen. Die Rüstungen. Okay. Cool. Cool. Das reicht aber nicht, weil wir haben hier. Ich sage uns das Spiel. Ey. Du hast zu wenig. Du brauchst mehr von dem Stuff. Jetzt oder du stirbst. Die herauffahrung nehme ich natürlich an. Wo ich jetzt sogar als umplatzieren kann. Boah. Geil. Ich hab mal mehr Shortcut benutzen. Aber nur gut. Scheiße. Na gut. Fang damit an. Kriegst du schon hin. Ja. 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 Es ist gut. So. Äh. Was brauche ich? Ich brauche Transport Battle. Ja klar. Komm direkt hier und dran. Na. Da. So. Ich produziere jetzt. 9 plus. Mach dafür noch plus. Und machen wir noch davon plus. Alle TV. So. Ich mach minus. An Luxuskost. Wir brauchen mehr Luxuskost. Ich hab keine Ahnung wie es aussieht. Ja. Ja. Wir brauchen mehr Luxuskost. Dann machen wir das noch. Boom. Jetzt haben wir zu wenig von dem Staff hier. Und dort. Ersthaft jetzt. Was. Wenn du willst. Ich bekomme mehr davon. Weil wir es können. Haben wir. Ach. Wir haben es. 600.000 oder so viel Plusmaler. Geil. Geil. Jetzt gehen sie. Die Verjährung. Es kommt noch unter. Wir brauchen mehr von dem Staff. Wird erledigt. Ich weiß noch nicht genau wie es bauen soll. Aber hier hat ihn so laden gefasst. Ja. Jetzt brauchen die hier mehr. Das darf ich auf jeden Fall nochmal ausbauen. Das finde ich sehr nett. Ich werde ausgebaut. Nächstes und das hier. Okay. Wir machen. Oh. 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 Wasser. Wir haben ein. Water Problem. Water. Water. Okay. Ach. Ich habe auch noch alles zu leuten. Kosten. Ups. 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 Was. Wasser. Wasser. Arbeite wahrscheinlich ne? Wasser. Ja. Ich bau die Strafe. Warte ab. Freunde weg als gleiche. So. dann stehen super ja ich habe etwas klappt aber okay diamanten okay so leute was braucht ihr dann noch so willkommen willkommen über etwas reden ich gerade nicht ich möchte ihnen geiles darf anbieten ja wenn man wohl erst mal nicht wir haben noch genug bier so haben wir ab können da vielleicht doch noch mehr bewohner aber ja ja das ist natürlich schön ich mache das spiel irgendwie das ist die spielte relativ selten aber ab und zumal zur folge aufgenehmung das war es doch wieder ein paar wochen warten naja aber irgendwie ist auch ganz cool auch wenn nicht zu sagen muss dass das projekt nicht zu lang gehen wird naja mal schauen aber schon eigentlich los und es ruckelt nicht das ist gute performance ist geil also das ist echt hier noch näher aber ja wenn die leute verpixelt und wenn sie nicht das wenn das nicht werden würde die grafik für die einzigen einzelnen figuren sucht ja leute das ist geil das freut mich so war es eigentlich die haupt mission ja aber schon hat raum hoffen und schildern die wilder doch monat krass halten wir eine produktions überschuss von machen wir vielleicht schauen sie nach förderungsstufen das habe ich schon gemacht kann weg habe schon gemacht hier frieden was so hier so zufrieden oder wieder ob das ist hier hinten oder die karte da wir auch jetzt hier ich habe ein ziel ich möchte das bauen und natürlich noch dieses hier die mission ist genommen ja das ist schön ja dann machen wir doch mal wir brauchen ganz viele autos konnte ich erweitern hier oben hier ist doch die bus und so industrie weiter das heißt hier können wir uns das erlauben ein bisschen zu bauen und nicht zu viele und da denke ich auch noch später strafe gehen ich möchte die alt auf dem haufen machen ist ja klar das heißt wir brauchen hier drum aber trainiert das meiste der meiste travel da kann man ja oder traffic ich kann man bitte mal updaten auf kann man den platz verschwinden das läuft die mission normal war auch bald bald okay wie sie das 18 hier oben arbeitet euch so information ist auch über erfüllt das ist ja wunderbar läuft ja so richtig gut jetzt auch mit handeln und so und geld verdienen und überhaupt wander von roten laufen kämpfen will ich gerade überhaupt nicht drauf blicken dieser militärische fressen der hier flucht noch der fressen was macht man denn hier das geht nach kweip becken oder was ja geht es das hier okay und das hier ja davon bräuchte ich noch mehr oder ich weiß gar nicht hier handeln mit dem da ich möchte gerne was ist eigentlich viel was kann dann verticken wir würden bringen hier das hier ich möchte gerne verkaufen sie informationen 2 15 ja gut ich möchte gerne wissen wie das hier ich gehe nun angenommen hier ich gehe nun angenommen hier plus 1000 adi so gibt es ja also einer bringt nicht viel bei zehn stück habe ich hier plus 1.500 bei zehn stück wenn ich mir es dazu jetzt hier die die dinge nehmen ich bei zehn stück immer noch minus das heißt es bringt schon ist schon ein großer unterschied körperlich müssen überschritt machen ich weiß schon nichts abreißen nichts wird abgerissen können ja eigentlich bin ich niemand der zum stück keine mission machen was unser personal wird deswegen langsam nervös ach leute ist mir scheißegal macht uns selbst traum fragt immer mich so hier abgequältet wie das zeug hält hier buchte ineffizient ursache fehlende waren scheiße vitamin trinks wo alle die vitamin trinks dieser scheiß vitamin trinks die kosten so viel platz für die vitamin trinks ja ich gehen das hoch und so die achte handeln wir sogar noch mal die frische herunter wo war früchte an wo waren dann noch mal das tier jetzt erst habt ja wie viele da geht noch hätte noch platz dafür probleme ich sag mal so was da haben wir so viel energie unten konnte das ding jetzt abgönen ja schön das war noch ein bisschen das zeug da geht nicht wirklich mehr naja ok leute wann dürfen wir dann eigentlich und so warte mal wann dürfen wir eigentlich hier ich weiß gar nicht so viel gemacht wir brauchen mehr leute mit den dicken fetten alle ja so wieder abgönen obzu diese worte schicken aber läuft es geht die hoch noch 4.000 leute ja schön möchte hier abkühlt noch mehr und so der unternehmenswert ist gestiegen freut mich nicht abbreiten aufwerten wenn man wäsche ja ich kann nicht mehr hilflich sein so braucht mehr leute dann möchte ich wieder abkühlen kann nicht gut wie viel ausgefallen unser internet quasi info zentral das internet scheiße aber richtig scheiße leute ich habe das rücker aufgebaut ganz blick in der ecke mit egal was ist wieder los leute ich möchte euch abkühlen doch noch ein abkühlen das noch scheiße egal das könnte aber eventuell reichen 2000 oder 2000 beschissene manager hammers bin ich glücklich für die um aus in drei minuten begann und stuff ich habe mich verarschen ja dann erfreut habe ich das paar mehr abkühlen oder nicht die gehälter das betrifft ja komm ich bin gespannt ich weiß ja nicht die folge auf jeden fall noch schaffen aber trotzdem ja ich müsste mir wieder mehr leute und so haben wir heute nicht gut auch leute ich verbrauchte zu viel halb lang das müssen das wird mir mehr erfolgsliste aktualisiert sehr schön das passt das ist das ich könnte kotzen ich könnte euch entscheiden auf wir finden sogar massik das zeug hier bringt ja nicht verschaft die drei bauer und platzieren so soll das immer irgendwie nicht gut so es geht ja so gar nicht man könnte probieren kurzzeitig auf der kraft setzen und so dann sagen hier ein baum das ding hier hin das baust du mit es schaut gerade die straße ja geil nur leute okay das war geschafft das problem jetzt fehlt uns alles im plus was fehlt hier zum grund hat er doch hat sich queren so du willst doch verarschen weil das geht so nicht ich kann so hier nicht arbeiten ich habe keinen platz so haben wir auch wieder plus jaja jaja essen und fleisch also sind sie an einem auftrag aber ich habe gerade probleme nette dame über das hier drüben haben doch platz ich habe wirklich weit weg dass das glas um hier oben rein wir brauchen essen wir machen uns essen wir brauchen eine platage oben jetzt sind wir hier ein paar felder hin wir brauchen die strafe drumherum kann ich nicht mehr bauen kann ich nicht okay nein würde ich gerne probieren ja so ich finde es nur das fleisch das fleisch zum problem das war das jahre ja müssen wir eine kuhn fahren wir brauchen oder den platzieren alle kuf haben wir so mal wieder bauen wollen eine kuf haben oder schweine fahren auch mal das ist manager ihr braucht vielleicht dann bekommt ihr vielleicht nämlich worten fleisch wo man war das schlecht ja dann bauen wir einfach mal hier geistig strafe der welt mutplatz sparen jetzt gibt es fleisch hier oben der ecke so auf die kühe ok den hier finden wir dann hier rum das heißt jetzt wie die strafe einfach hier so schön ok schon was anderes aber hey strom wird kraftwerke abgerissen energie bedarf nicht länger deckbar guck mal ist noch nicht deckbar deswegen gerade von namen an schauen ja die machen gut energie klaus noch was die folge zu ändern noch nicht geschafft noch nicht ganz geschafft nächste folge machen wir das zeug hier wir machen den hier und freut uns mit dem keks dass uns jeder platz nicht reicht kann man eigentlich mehrere häuser irgendwie mit weißt schon mehrere kann ich nur einzelne häuser umplätzen ist doch scheiße naja gut dann ja dankeschön für zu sehen und schluss bis nächste folge von arno 2205 weiter hin 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 Vielen Dank.